Ultimativer Gabel- und Reifentest 3, 2, 1 Das war der ultimative Gabel-Test Wo gibt es jetzt zu sehen? Auf Lukasknopf.tv Best Sender in the world Das ist ein Frontflip-Barsch. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie im letzten Video angekündigt, geht es heute auf Street Tour in Leipzig. Mit dabei ist Felix. Der war beim letzten Mal schon mit dabei. Und das letzte Video aus Leipzig hat vor einiger Zeit die Millionenmarke geknackt. Richtig geil. Die letzte Street Tour hier war der Hammer. Es kamen richtig viele Leute vorbei zum Völkerschlachtdenkmal. Da treffen wir uns später auch noch mit ein paar Jungs. Ich habe es in die Story gestellt. Mal gucken, wie viele kommen. Ab geht's zur Leipziger Messe. Und wir gehen auf die Suche nach ein paar fetten Streetspots in und um Leipzig. Let's go! Jawoll! Schon wieder geil. Ich habe Treppen entdeckt. Erstmal von hier in die Grasbank und dann da rein. Felix ist das ganze schon mal gefahren. Der ist aus Leipzig. Deswegen fährt er mir das jetzt vor und sendet zuerst. Ich höre ihn. Jo! Hast du schon gut Gas gegeben, oder? Ja, gut. Felix, Jo! Komm! Voll drauf! Boah! Nice! Und jetzt als Gap? Denkst du es geht? Das erste Ding ist kein Problem, aber ich denke dann schluckt die Treppe schon gut. Nach ausführlicher Videoanalyse habe ich mich dazu entschlossen das doppelt zu doppeln. Wird klappen, denke ich. So wie es jetzt aussah. Nice short, stand it! Ja! Und jetzt? Ja! Und jetzt? Ja! aber ich muss dann ziemlich zügig anhalten ultimativer Gabel und Reifentest das ist schon hoch Junge das ist schon männlich 3 2 1 Gabel sowie Reifel haben es ausgehalten beide mit Bravour bestanden ich hab auch gut geschabbert ja das kann man auch doppeln denkste? weiss nicht aber du wirst dann die 2% ja hier rein dann würde ich voll auf die Eisen und dann da unten nur so glaub ich was machst du? dann geh ich jetzt unten gucken dass die Kämmer kommt ok wir fahren auf jeden Fall mal an ich würde hier so ok live short stundet alter Vater jungen das war der ultimative Gabeltest alter alter ich bin die erste Treppe reingesendet und bin direkt voll in die Eisen gegangen meine Gabel war durchgeschlagen und ich habe nur gemerkt wie ich vorne halt komplett unten war ey volle Kopfrevierer Jungen absolut krank ey aber guck dir das fette Teil an das sieht man ja auf der GoPro gar nicht Leipzig ist schon mal wieder einfach nur der Hammer so zoom wof hoff baj doch geht Das war's. Felix meinte das geht als Walride Sieht Yep Sieht gängig aus Ich geh mal von aus hier in der Mitte Felix muss als erster ran weil der ist den schon mal gefarmt Der sendet den vor und dann das darf nicht rein Vollgas Da musst du noch mal ran Da kommt die Hängerpolizei Jetzt ist er schneller Hast deine GoPro abgeräumt Das darf nicht reinigern Das darf nicht reinigern Bestes Serie Vollgas jetzt Kannst du wirklich Es ist nicht zu geil Was hier in Leipzig abgeht Und wenn euch gefällt was wir hier senden Was für Gaps und Treppen Dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da Das ist hier die Währung auf Youtube Das wäre der Hammer Und wir gucken mal was wir noch so finden Beautyforum Treppen über Treppen Über Treppen Brrrr 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 Ist ja schon wieder komplett verrückt Wir müssen noch ein was machen Weil das hier so Eine schöne Menge ist Ich rufe Live Short Und ihr ruft Stundit Ok? Live Short Stundit Was haben die da oben gehört? Was haben die da oben gehört? Boom 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 Hallo Hehehe Alter zieht es euch rein Da kriegen wir einen schönen manuellen Shot Ja Gib ihm Willi King Leipzig Boah Wow Ja genau mach einer mit hier Gib ihm Hast du das Shirt gerade gefangen oder hast du das schon? Hatte ich schon Ja man Leipzig ist schon wieder lit hier Bis zum Fockeberg Bis zum Fockeberg Boah ich komm ins Straucheln Oh wow 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 Ja man Boah hier wird toll bricht Hey Ganz 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 Wow Hey du Laufst das Herbst, ey Das lieb schon vor 5 Jahren, krass eigentlich Weiter? Ja 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 Wuhu 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 Ja man wir ja oben auf dem Trash Mountain, der ist irgendwo ganz in der anderen Ecke von Leipzig und jetzt gibt es hier mitten in der Stadt noch den sogenannten Foggeberg und hier gibt es jetzt irgendwo in den Wald reingezimmert auch schon wieder Trails mit Sprüngen ein Pulli und zwei Bremsen wären definitiv besser, aber was soll's, let's go! Alter, geiler Typ! Ist das heftig! Oh! Digga! Alles cool? Digga, läuft alles? Ja, reintut ein bisschen weh Da rein, aber ihm geht's gut Fullcent Alter Okay, Barspin vom Trotz Ich musste mich so ducken, ich bin so da durchgesprungen, damit ich da nicht an dem Ast hängen bleibe Kranke Strecke, ohne Mist, weiter geht's Ich wollte eine KMT-Kette, Renault am Start Gabeltest, oh! Hier an der Stelle war ich letztes Jahr schon hier in der Gegend Der Barspin hier runter ging gerade gut, aber ich glaube da geht auch ein Tailwip Weg weg wegwegwegwegwegweg Hochzeit Okay, er zieht mich durch die Line durch Hier gibt es jetzt so eine kleine, aber feine Dirt Jumpline Wir müssen auf jeden Fall noch hier irgendwo einen Flip auspacken Und da ist so ein Sprung, der sieht echt gut dafür aus auf der kurbel gefangen wir beenden das video jetzt hier an der hexe hatte zwar jetzt nicht viel mit straße zu tun an der stelle bisschen mehr mit der jams so geil wie viele leute gekommen sind einige haben sich glaube ich schon ausgeklinkt aber das ist der harte kern hier hinter mir alle am start was ich vergessen habe zu erzählen der felix der am anfang mit dabei war der musste zum mittagessen zu opa ist natürlich auch wichtig wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da würde mich freuen und abonniert den channel wenn ihr neu zum channel seid war wie immer der wahnsinn hammergeil dass ihr alle mit einem startwort wollte ich noch sagen haut rein